Gerry, am 19.12.2013 ist die Premiere des Films Das verlorene Königreich in Hamburg Große Freiheit Nummer 2 und da sind natürlich auch viele Prominente mit dabei. Was wünschst du denn Jürgen für diesen Film? Also, Jürgen wünsche ich in erster Linie mal viel Gesundheit. Viel Erfolg hat er, Glück hat er genauso, hat er eine super coole Familie und für den Film wäre logischerweise auch viel Erfolg, weil irgendwie hat er das verdient, er hat so lange gekämpft darum. Also man zeigt sich gerne mit dem Jürgen, ja. Man sieht es eh, jetzt sind natürlich auch mehrere Schmalzfliegen herum, aber wir waren echt immer Freunde und auf das bin ich stolz, dass ich das erkannt habe, dass es ein Mensch ist, der auch wirklich ein Kämpfer ist und ein Guter ist. Jürgen, ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib so wie du bist. Du bist echt ein cooler Freund und unser Enkel. Wenn du es einrichten kannst, kommst du auch ins Temptation am 19.12.? Wenn ich es einrichten kann, auf jeden Fall. Alles klar. Geri, danke dir. Ich danke dir.